Du gewinnst auf dem Kreis Handwerkerball zwei Karten für ein Bundesligaspiel. Checkst im Hotel ein, fährst mit den Öffentlichen ins Stadion. Stadionwurst ist natürlich Pflicht. Bändchen an, ab in den VIP-Bereich, erst mal ein Bierchen und lecker was essen. Dann gucken wir dem Kevin beim Warmmachen zu, ebenfalls mit dem Bierchen. Endlich kommen die Jungs auf den Rasen, jawoll! Die geilsten Fans sind schon on fire. Ein bisschen die Stimmung genießen. Endlich geht's los. Okay, das Ergebnis vergessen wir mal lieber. Dann gehen wir lieber wieder in den VIP-Bereich, essen ein paar Häppchen, trinken noch ein paar Bierchen, Nachtisch oben drauf. Mach's gut SGE, komm gut nach Hause. Wir gehen in die Hotelbar, nehmen noch einen Absacker und freuen uns über ein gelungenes Wochenende. Bis dann. Da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020